Meine lieben Serienfreunde, es ist soweit. Heute ist The Gentleman, die Serie von Guy Ritchie, gestartet. Und wir klären jetzt hier in diesem Video, ob die Serie es denn schafft, dem Original nachzueifern. Herzlich willkommen zu meiner kleinen Spoiler-Review zu The Gentleman. Ja, meine lieben Serienfreunde, erinnert ihr euch noch an den Februar 2020, also vor vier Jahren? Da erschien The Gentleman in den deutschen Kinos. Der Film, mit dem Guy Ritchie seinen Zweiflern bewies, dass er es immer noch drauf hat. Drauf hat, gute britische, schwarzhumorige Gagsterfilme zu machen. The Gentleman war ein Riesenerfolg und ja, auch mir hat er unglaublich gut gefallen. Dabei war der Film The Gentleman mit Matthew McConaughey eigentlich als Serie gedacht. Guy Ritchie wollte nach Bube Dame König Gras der Serie mal wieder eine Serie machen und ging zu Miramax, hat das vorgestellt und die meinten, nee, aber mach doch einen Film draus. Ja, und er hat den Film gemacht, der 2019 erschien. Und da der Film so erfolgreich war, kam dann Miramax um die Ecke und meinte, hey Guy, wolltest du nicht eine Serie draus machen? Mach das doch jetzt mal. Und genau das hat er nun getan und zwar für Netflix. Bei Netflix ist heute am 7. März die erste Staffel mit insgesamt acht Episoden gestartet. Die meisten Episoden sind so 40 bis 45 Minuten lang. Es gibt aber auch Episoden mit 50 und 60 Minuten Laufzeit. Die Serie selbst erzählt uns von einem Soldaten, gespielt von Theo James, der nach Hause gerufen wird, weil sein Vater im Sterben liegt. Und kaum ist der tot, erbt er das komplette Anwesen der Familie. Und muss nicht nur feststellen, dass die Familie finanzielle Schwierigkeiten hat, sondern dass unter dem Anwesen Gras angebaut wird. Eine Gangsterfamilie namens Glass hat ein Konstrukt an Marihuana-Farmen unter Anwesen von Aristokraten erschaffen. Und Theo James befindet sich plötzlich mittendrin und versucht, seine Familie aus diesem Geschäft herauszuziehen. Doch Kaya Scottelarios Charakter Susi, die lässt ihn nicht so wirklich. Und so erlebt ihr mit der Serie The Gentleman, wie ein Soldat in die Welt der Gangster gezogen wird und eigentlich raus will, aber wir im Grunde erleben, wie aus einem Soldaten ein Gangster wird. The Gentleman, die Serie, trägt also denselben Titel wie der Film. Und da stellt sich natürlich direkt die Frage, inwiefern hängen die denn miteinander zusammen? Schließlich wurde die Serie bisher immer als die Serie zum Film promotet. Naja, nachdem ich die erste Staffel gesehen habe, kann ich euch sagen, The Gentleman, die Serie ist weder ein Spin-off noch ein Remake. Es ist kein Spin-off, weil die Handlung der Serie nicht mit der Handlung des Filmes zusammenpasst. Im Film erfahren wir, Mickey Pearson, also gespielt von Matthew McConaughey, hat ein Marihuana-Imperium aufgebaut, in dem er diese Plantagen unterhalb von solchen Anwesen baute. Das Ding ist, in der Serie war da jemand ganz anderes für verantwortlich, wodurch diese beiden Welten nicht zusammenpassen. Die Serie ist aber auch kein Remake, weil man uns ja nicht dieselbe Story wie im Film erzählt. Die Serie ist also ein Reboot. Ihr müsst den Film nicht gesehen haben, um die Serie zu schauen und auch nicht, um sie zu verstehen. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann werdet ihr aber bestimmte Versatzstücke erleben. Zum Beispiel auch sehr viele Parallelen zu dem Charakter von Theo James und dem Charakter von Kaya Scodelario. Denn letztere ist sehr ähnlich zu einer gewissen Rosalind. Und ersterer ist sehr ähnlich zu einem gewissen Mickey Pearson, auch wenn die Charaktere in der Serie andere Namen haben und andere Ursprünge. Dennoch gibt es da so ein paar Parallelen. Und wenn man nicht genau hinschaut, könnte man sagen, vielleicht ist das hier doch die Vorgeschichte, aber das passt nicht, wenn man genauer hinschaut. Also, die Serie ist auf jeden Fall ein eigenes Werk, ein Reboot. Man macht knapp fünf Jahre nach dem Film einfach einen Neustart. Finde ich schade, man hätte das gut verknüpfen können mit dem Film. Klar, man hätte Matthew McConaughey irgendwie bekommen müssen oder zumindest Charlie Hunnam. Denn es wäre auf jeden Fall positiv für die Serie gewesen, diese Verbindung zu ziehen. Denn im Grunde erzählt man uns ja eine Nebenstory. Man erzählt uns von einem Adeligen, der Stress bekommt, weil eben auf seinem Anwesen Gras angebaut wird. Und das hätte ja theoretisch auch von Matthew McConaughey's Charakter sein können. Das hätte man super verknüpfen können, hat man aber nicht. Aber man hat eben jede Menge, sagen wir, ähnliche Elemente übernommen. Denn Gary Ritchie hat sich anscheinend gedacht, ja, wir machen ja eine Gentleman-Serie, da müssen auch die gleichen Vibes da sein, auch wenn es eine Art Reboot ist, auch wenn es so nicht betitelt wird. Kajas, Gadelarios Charakter erinnert, wie gesagt, an Rose Lint. Aber auch so vom Aussehen und vom Wirken her ist sie schon sehr ähnlich. Es gibt dann ganz schräge Gangster, die völlig überdreht sind. Es gibt ganz komische, klischeehafte Gruppierungen. Es gibt eine ähnliche Grundhandlung wie im Film. Und ja, es gibt im Grunde dann eben auch, die eine verkauft Autos oder Duned-Autos. Der andere ist so ein Typ, wo man nicht so weiß, was will er eigentlich. Und vielleicht ist er ein größeres Schlitz, so als man denkt. Es sind sehr ähnliche Charaktere, sehr ähnliche Momente und auch ähnliche Settings wie im Film. Aber es ist keine Kopie. Denn Guy Ritchie schafft es mit der Serie, wirklich ein neues Werk zu erschaffen. Klar, mit diesen Versatzstücken, die wir aus dem Film kennen. Und ja, wenn man den Film kennt, dann ist man oft so, das kenne ich doch schon und das ist irgendwie ein bisschen billiger als im Film. Aber Guy Ritchie hat das wirklich hinbekommen, dass das für sich alleine stehen kann. Dass es auch für sich alleine funktioniert. Das musst du ja auch erstmal hinkriegen. Und neben diesem Part hat er seine typische Guy Ritchie-Art in diese Serie gepackt. Ihr müsst euch die Serie vorstellen wie einen Film eben in Serienform von Guy Ritchie. Es gibt die typischen temporeichen Momente, es gibt die schrägen Charaktere mit dem schrägen schwarzen Humor. Und es gibt auch diese harten Schnitte, die er gerne einsetzt. So harte Schnitte, plötzlich ist man Minuten später und dann spult man nochmal ein paar Minuten zurück, um zu zeigen, was eigentlich passiert ist. Um die Spannungskurve nochmal ein bisschen größer zu spannen. Und das gelingt ihm auch, wobei bei mir als Zuschauer immer mal wieder das Gefühl von, hey, ich will das jetzt direkt sehen. Das stört mich jetzt, dass du diesen harten Cut machst. Aber ja, Guy Ritchie ist da einfach Guy Ritchie. Der zieht das durch, was er auch bei seinen Gangsterfilmen von damals immer wieder getan hat. Oder eben auch bei The Gentleman zuletzt beim Film. Ja, das kann man mögen, muss man aber nicht. Ich bin großer Fan von Guy Ritchie, von seinen Gangsterfilmen, von seinen Werken, aber auch von Sherlock Holmes zum Beispiel. Und selbst von Arthur, mag ich. Hier macht er das, was man von ihm erwartet. Das Ding ist allerdings, dass die Serie ein Problem hat. Diese Gagdichte, diese humorvolle Gestaltung, dieses Schlag auf Schlag präsentierende aus dem Kinofilm, das funktioniert in der Serie natürlich nicht. Du kannst nicht so viele witzige Momente in einer acht Episoden langen Serie einbauen, sodass wirklich einer auf dem anderen kommt, dass eine schräge Situation auf die andere kommt. Ja, es ist eine schräge nach der anderen zu sehen, aber es ist eine andere Taktung. Es ist wesentlich ruhiger, langgezogener, was aber einfach das Format hergibt im Gegensatz zu einem Film. Da hat es der Film definitiv leichter, aber die Serie steht dem Film um nichts nach, würde ich behaupten. Guy Ritchie hat es hinbekommen, dass die Serie seinen ganz eigenen Charme hat. Ja, es gibt einen ähnlichen Vibe wie im Kinofilm, aber die Serie durch eben die andere Erzählform hat einen anderen Vibe. Der ist ein bisschen erweitert und vielleicht eben nicht ganz so überspitzt wie im Film. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, es ist nun mal eine Serie. Jene Serie lebt vor allem aber von den Charakteren. Denn die Handlung selbst, die ist schon sehr nah an dem, was wir aus dem Film kennen. Jedenfalls geht es in eine ähnliche Richtung. Und daher ist es natürlich wichtig, Charaktere bzw. Darsteller, Darstellerinnen zu haben, die das mit Leben füllen. Und der Cast tut dies. Theo James hat in seiner Karriere immer wieder Auf und Abs gehabt. Und ich würde sagen, The Gentleman, die Serie ist ein Auf. Auch wenn es Seiten wie den Hollywood Reporter gibt, die sein Schauspiel in der Serie nicht allzu gefeiert haben. Ich persönlich würde aber sagen, für den, den er spielt, macht er das richtig gut. Er ist so ein Matthew McConaughey Charakter aus dem Film. Eher der ruhigere, der charmante Typ, der trotzdem es faustig hinter den Ohren hat. Und meines Erachtens nach muss dieser Charakter auch so gespielt werden, damit er funktioniert im Zusammenspiel mit Kaya Scodellario. Die spielt hier Susie Glass, im Grunde die Leiterin des Marihuana-Imperiums, die, ja, Theo James das Leben schwer macht. Und ganz ehrlich, Kaya Scodellario ist hier wirklich, wirklich großartig. Ich habe sie am Anfang gar nicht erkannt, dass das die Schauspielerin ist, aber das Zusammenspiel mit Theo James, das hat so einen schönen Vibe. Die reiben sich aneinander, das macht unglaublich viel Spaß, denen zuzuschauen. Aber auch Nebenrollen machen unglaublich Spaß. Es gibt, es gibt dann so ein reisendes Volk, wo, wo echt interessante Charaktere, dabei sind klar, auch wieder sehr klischeehafte Charaktere. Dann Vinnie Jones, der hier mal einen ganz anderen Typen spielt als sonst. Und ganz ehrlich, Daniel Inks. Der Typ ist hier, Daniel Inks spielt den großen Bruder von Theo James in dieser Serie. Und ganz ehrlich, ihr habt vielleicht das Cover gesehen, da ist er in einem Hühnerkostüm. Der spielt so geil. Also, er hat natürlich den Luxus, er spielt hier voll den crazy Typen, der sein Leben nicht wirklich auf die Reihe bekommt. Aber sowas zu spielen, macht wahrscheinlich auch unglaublich Spaß, weil man sieht es sich auch einfach an, dass es ihm unglaublich Spaß gemacht hat. Der ist für mich die Entdeckung in dieser Serie überhaupt. Okay, die anderen kannte ich jetzt auch, aber ihn, ihn kannte ich so nicht. Aber er macht seinen Job unglaublich gut. Lapsenk zu Chok. Und ja, eigentlich machen alle ihren Job gut. Aber ich muss leider sagen, dass ich ein bisschen von Giancarlo Esposito enttäuscht bin. Das liegt aber nicht an ihm, denn wenn er auftaucht, dann spielt er so einen ekeligen Typen. Aber er kommt mir zu wenig vor und er wird mir zu wenig genutzt. Das passt aber zu der Gestaltung der Gangster aus dem Film. Also, da hat Guy Ritchie definitiv auch die Eigenarten und die Screentime übernommen. Aber das ist ein bisschen schade, weil Giancarlo Esposito ist ja schon ein großartiger Schauspieler und so ein Gangster, den man einfach wirken sehen möchte. Aber das tut er hier in der ersten Staffel zumindest noch nicht. Ja, und was die Serie bei mir zumindest manchmal auch nicht tat, ist, dass sie mich fesselt. Ja, leider hat die Serie ein paar sehr träge Momente. Es gibt, ich glaube, so Folge 4 und 5. Da ging es so ein bisschen bergab für mich. Das war so, okay, jetzt kommt zum Punkt. Wo wollt ihr hin? Dreht euch doch noch einmal mehr und nochmal mehr. Und dass es mich nicht fesselt, lag oder liegt, glaube ich, daran, dass diese Serie manchmal zeitliche Sprünge hat. Dann ist man in den nächsten Episoden ein paar Wochen später, um zu zeigen, hey, wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Und wir kommen langsam an den Endpunkt unserer Zusammenarbeit, unserer vermeintlichen Zusammenarbeit. Und es ist so, man kriegt das nicht so richtig zu greifen, wodurch man irgendwie nicht so richtig mitgenommen wird. Jedenfalls würde ich so mein Gefühl beschreiben, warum ich mich dann doch manchmal gestört habe beim Schauen dieser Serie. Aber das macht Guy Ritchie immerhin wett und zwar durch die schrägen Momente und schrägen Charaktere, wie eben Daniel Inks Charakter, aber auch durch den Schlagabtausch. Einmal Schlagabtausch, wie er eben Szenen aneinander reiht, aufeinander prallen lässt, aber eben auch wie er Charaktere aufeinander prallen lässt. Da hat Guy Ritchie meines Erachtens nach einen ganz eigenen Weg, den er schon sehr, sehr oft genutzt hat. Und den nutzt er auch hier erneut. Was so ein schönes Tempo, so ein schönes Feeling reinbringt, auch so ein bisschen, so ein bisschen, ha, jetzt ist es ein bisschen hektischer. Das finde ich schon ganz geil. Und zusätzlich nimmt er sich trotzdem die Zeit für Momentaufnahmen mit tollen Szenerien, mit guten Kamerafahrten. Er macht sich wirklich sichtlich Gedanken, wie muss eine Kamera positioniert sein, ob nah an einer Person dran oder weit weg. Wie macht er den Shot? Das ist so ein toller Mehrwert, den vielleicht nicht jeder so beachtet, aber ich persönlich sagen muss, ich liebe einfach, wie Guy Ritchie seine Filme und in diesem Fall Serie inszeniert. Und deshalb würde ich sagen, trotz der Abstriche, die ich erwähnt habe, The Gentleman ist eine gelungene Serie. Guy Ritchie hat mit dieser Serie bewiesen, dass sein Stoff von Anfang an auch als Serie funktioniert hätte. Ja, die Gagdichte ist nicht so hoch wie beim Kinofilm. Die Charaktere kommen nicht immer so krass zur Geltung wie im Kinofilm, aber dadurch, dass der eben geraffter ist, funktioniert das auch einfach besser als in Serienform. Aber die Serie macht unglaublich Spaß, hat geile neue Charaktere eingebracht und schafft es einfach, eine tolle Gangster-Serie zu sein. Und was willst du mehr? Für mich ist The Gentleman definitiv einer der besten neuen Serien 2024. Und jetzt könnt ihr mir gerne eure Gedanken unten in die Kommentare schreiben. Aber bitte spoilert nicht. Ansonsten schreibt bitte fett Spoiler hin, lasst ein paar Zahlen frei und dann schreibt. Vielleicht habt ihr zum Beispiel eine Idee, wie diese Serie doch irgendwie in die Filmwelt passen könnte. Da bin ich aber wirklich gespannt drauf. Ja, Leute, das war es mit meiner Meinung zu The Gentleman. Ich feiere die Serie und ich werde sie bestimmt auch noch mal ein drittes Mal schauen. Ja, und hoffe, dass eine zweite Staffel kommt. Denn die muss ja jetzt wohl kommen, oder? Oder? Leute, das war es mit meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Bingen. Bis dahin. Cheerio.